Ich habe keine Ahnung, wie es drin soll. Dann musst du mal hier das Wein, hier oben drüber packen. Genau, so. Auf geht's. Wie heißt du? Justin. Du hast deinen ersten Punkt für dich, das ist? Jo. Super. Du hast den Punkt für dich, das ist ein Stückchen weg. Scheiße. Ja, ist schick, ne? Aber ich sagte dir das jetzt schon mal. Wer ihn hier will, schubst mich. Okay. Das ist mir scheißegal, aber schubst mich. Du nimmst die Füße, guck mal, hier so weit raus, du kommst zusammen. Also, du nimmst zusammen? Jawohl. Du nimmst die Hände in den Nacken, Ellenbogen schön nach außen drücken, dadurch erzeugst du eine Körperspannung. Die brauchst du, damit du nicht zusammenklappst wie so ein Taschenmesser. Ich öffne jetzt das Tor, halte dich hier fest, zähle von drei Tafelberg und bei null und bei null. Okay. Fertig. Drei, zwei, eins und nach vorne fallen lassen. Super. Was ein Typ, ne? Cool, der hat es gepackt. Ist er gut angekommen? Ja, ist er. Ich denke mal schon. Oh, mir wird ganz schlecht. Wie ist ihn jetzt dabei? Oh, ganz schlecht. Ich denke mal, ich drunter. Wir sind auch pink nach unten. Oh, Gott, der ist ja cool. Der ist wirklich sprungen. Alles aus Liebe zur Mutter? Ja, aus Liebe zur Freundin, die steht unten. Ach so, ja, ja. Die hat es ihm geschenkt. Wie alt ist er geboren? 18. Hat sie kurz geschenkt? Ne, vorhin ja schon, zum 70. Geburtstag hat sie ihm das schon geschenkt. Ja, ja. Ganz stolz war sie. Alles war gut gemacht. Ja, toll. Alles war gut gemacht. Wie viele Leute springen so im Durchschnitt? Äh, 150 bis 200. So, da drunter hast du dann auch mal zwei, drei, vier, die nicht springen, die vor Angst dann stehen bleiben und sagen, ich kann das nicht. Nein, machen wir nicht. Du musst schon selber springen. Heißt ja, Bungee springen und nicht Bungee schubsen. So, mach ich die mal los. Aber das ist ja auch gleich ein Spur. Du bist klar, staunend. Ja, ne? War nicht gut. Obwohl er gesagt hat, kannst du mich schubsen, aber wir haben es nicht gemacht. So, und wir da. Das erste Mal, dass er gleich sich fallen lassen hat. Stolz. Dankeschön. Bin ich unerledigt? Bin schon ab, ruf? Bitte kannst du mal den Gurten los machen. Okay, wo ist mein Kind? Da ist er. Ey, du bist so gleich gesprungen, ja? Ey, ich hab den auch entweder jetzt oder nicht. Den träum ich mir nicht. Boah, ist doch geil.